Ey, was ist denn, was wird passiert jetzt? Oh, mit der Brust sogar, mit der Ticke reingemacht. Boah, aber stabile Bauch. Die lustigsten Momente im Frauenfußball, Leute. Das ist das allererste Mal, dass wir eine Reaction auf Frauenfußball machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, deswegen let's go. Okay. Ja, was ist das? Was passiert denn jetzt schon am Anfang? Ja, warum nimmt er sich denn nicht einfach den Ball? Hä? Was passiert hier gerade? Oh Gott! Der Meli! Ey, ich schwöre euch, was passiert dem Meli auch noch mal. Das heißt ja auch, das passiert dem Mario. Das hab ich schon mal gesehen. Ey. Was zum Teufel passiert hier? Das ist unglaublich. Deswegen verdienen Frauenfußball noch viel mehr aufmerksam. Der Meli ist viel witziger. Der Meli ist schon nicht mal den Ball aufzunehmen. Oh mein Gott. Eieiei. Aber was hatte sie vor? Oh, das passiert selbst dem Besten. Auch den Besten. Auch den Besten. Boah, aber stabile Bau. Ach, du Schande. Die kriegen ihn trotzdem nicht rein. Sag ich doch. Ach, du Heilige. Danke. Krank. Krank. Hä? Wie viele Handspiele waren das denn? Das waren noch mehr als zwei Handspiele, oder nicht? Ich hab mich direkt an dem Publieb tun. Ich hab den Grüße hinaus. Wo ist der Ball? Was? Was ist das denn? Wie ist die denn drauf? Ja, ohne Witz gibt er mal eine Karte dafür. Was für ein Tier. Boah, jetzt hab ich's nicht gesehen. Boah, die spielen ja richtig Wrestling da. Teilweise härter als bei den Männern. Ach, du Heilige. Ja. Die Haut ist hier so... Ey, das ist doch nicht normal. Das ist... Alter. Ich hab' jetzt noch mal mal ein geblieben. Hast du dir da jetzt noch was mit der Schwester? Ja, der Stor ist doch frei. Was ist das für ne Verteidigung aber auch? Ach, du Schande. Weil die haben schon blaues Augen vor den ganzen Flügeleien da. Ey... Da kannst du echt immer mal Fehler vom gegnerischen Team antizipieren. Die hauen sich doch den eh alle selber rein. Hä? Die sind irgendwie... Die hab ich verheddert. Das ist einfach ein schlechter Elber. Ach du Heilige! Was passiert denn hier, Alter? Was macht die Frau da? Die kriegt den trotzdem nicht rein? Doch. Okay. Ich dachte erst, die trägt ne Mütze, ey. So ne Wintermütze mit Oren. Das ist ja nicht normal. Das ist absolut unglaublich. Krank. Ich weiß, wie die sich fühlen, ey. So fühlen wir uns mit Medi am Abend. Ey, aber die Torhüterin ist richtig krass gesprungen. Hat zwar gar nichts gebracht, weil Stellungsspielschotter war. Aber der Sprung war cool. Das ist eine weibliche Form von Dante. Digga, das... Das kannst du keinem erzählen, was da passiert. Ich muss öfters Frauenfußball gucken. Ich glaub ihr auch. Und wieder ein Eigentor. Jawoll. Wow, wie jung ist die? Wow, safe. Ich mach voll hier. Ey. 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 Boah, Junge, das ist doch nicht normal. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, welche Ligen das hier sind, aber das ist ja geisteskrankt. Einfach 15-jährige Jungs, die abgezogen sind. Geisteskrankt. Das Nationalteam der Frauen, warum da jetzt ein Papagei ist, verstehe ich auch nicht. Was? Aber das war ein superschönes Eigentor. Wir müssen demnächst mal hier Eigentore ranken. Oh, mit der Brust oder mit der Titte reingemacht. Da ist jemand so drin. Ey. Und die, die Tore schießen wollen, die klingeln von 5 Metern und rüber. Von 5. Boah, ihr holzt die da ihre eigenen Spielern im Sohn. Boah. Was macht die? Lauft doch zum Ball. Hä? Auch noch die Nummer 13. Und meine Nummer hier. Die kann nicht mehr die Liga gehen. Die trifft nicht. Oh. Ich denke immer noch, wir setzen um einen drauf. Das war, ey, Puskas Wort mit diesem schönen Kopfball. Ey, die. Ey, Oli, was machen die? Ich komm nicht gerade. Wo ist sie gerade? Die gucken aber auch einfach so einfach nur zu, hat schon was zu machen. Ey, das wirft jetzt hier ein bisschen schlechtes Licht auf den Frauenfußball. Ich glaube, das ist nicht alles so schlecht. Also es ist auch einfach nur lustig und unterhaltsam, das zu gucken. Deswegen gucken wir das, glaube ich, auch in Zukunft öfters. Danke, ihr lieben Frauen. Danke, ihr lieben Frauen.